Eigentlich bewegt sich der Markt ja schon fast vorbildlich, so könnte man zumindest mal meinen, wenn man nach Amerika guckt, denn der S&P 500, hier als Future dargestellt, hat einen wunderschönen 5-Wähler nach oben gemacht. Über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen und uns überlegt. Ich glaube, das war die letzte Skizze, die wir so halbwegs im Auge hatten, dass es dann wieder dreiwillig korrektiv klassischerweise, dreiwilliger Natur, dann eben nach unten kommt. Das scheint der Markt tatsächlich ernst genommen zu haben. Und er hat eine, sagen wir mal, müstergültige Seitwärtskorrektur. Das sieht man an den ähnlich hohen Hochs hier hingezaubert. Und wenn wir das Ganze mal mit Fibonacci noch mal ein bisschen abmessen, ich bin ja ein großer Freund dieses technischen Instruments, dann sehen wir, wenn wir mal die von der Aufwärtsbewegung ein bisschen wegfiltern, dann sehen wir, dass der Rücksetzer in den typischen Bereich, nämlich 50 bis 61, 88 zurückgegangen ist und der Markt dort dann gesagt hat, jetzt lass auch mal gut sein und nach oben geht. Die Erwartungshaltung wäre jetzt eigentlich, dass das, was wir hier vorne im Impuls haben, hier hinten sich noch mal anschließt. Und wenn wir uns das noch einmal vor Augen halten, hier so ganz grob, dann sehen wir, eigentlich müsste der Kurs, wenn es wirklich zu einer 1 zu 1 Projektion kommt, was sehr gerne passiert, der Kurs bis da oben laufen. Und das ist das, was mich ein bisschen, ich sage mal vorsichtig, ärgert, ist vielleicht das falsche Wort, aber es passt nicht so wunderschön in das ganz große Bild. Denn demnach würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir nicht zu hoch wieder nach oben gehen, sondern ja nach dieser Korrektur nach unten uns fortsetzen, also hier. Scheinbar will es der Markt im Moment noch nicht wahrhaben, anders als der DAX, der ja ein bisschen der leise Treter ist, mehr auf der Seitwärtsbewegung kommt, gucken wir mal kurz drauf, hier nach der starken Abwärtsbewegung nicht wirklich den Hintern hoch kriegt, zumindest mal aktuell nicht. Das sieht alles viel, viel harmloser, viel, viel dezenter auf der Aufwärtsbewegung aus. Der amerikanische Markt, gemessen jetzt am breiten S&P 500, im Moment da doch noch deutlich mehr Stärke zeigt und gute Chancen hat, hier drüber zu gehen, was es mir etwas schwerer macht, davon auszugehen, dass wir jetzt dann schon direkt da unten reinfallen sollen. Lassen wir uns mal überraschen. Aktuell bleibt das Bild zumindest mal in Amerika eher bullisch. Jetzt wäre für mich eigentlich schick, wenn wir noch mal so Rücksetzer hier bekämen. Irgendwie was, was wir hier auf dem Weg ja auch haben. Wir sehen, dass das in jeder dynamischen Bewegung irgendwann mal Rücksetzer kommen. Wenn das hier auf kleinerer Ebene, das hier der Stundenschaden nach oben, wenn wir auf dieser Aufwärtsbewegung jetzt was nach unten bekämen, das wäre eigentlich, wenn es schön wackelig ist, so ähnlich wie das, was wir hier an hin und her bekommen. Wir sehen das hier auf der ganz kleinen Ebene. Es geht ziemlich zügig hoch, sogar halbwegs fünfwellig, wie das aussieht. Dann geht es hier runter. Immer wieder steil und dann flache Seitwärtsbewegung. Sowas in der Art. Wenn diese Päuschen kommen, wenn das auf der etwas größeren Ebene jetzt anstünde, also angenommen, das hoch bleibt jetzt hier, werden das so Zonen, die ungefähr in diesem Bereich jetzt hier lägen. Da der Markt sogar noch wackelig reinfällt, hey, das wäre ja schon fast ein Treffer, um auf die Long-Seite sich noch mal zu orientieren. Also ich denke mal, die Chancen sind im amerikanischen Markt klar nach oben. Deshalb würde ich jetzt beim DAX noch nicht super aktiv werden wollen. Auf der anderen Seite, wir hatten es angesprochen, die Trigger auf der Unterseite wären ja auch noch nicht erreicht. Also insofern hätte man da ja noch die Chance, dann eben abzuwarten, wenn der Markt dann wirklich dreht. Für mich allerdings der Fokus im Moment auf der Aufwärtsseite. Das Abwarten hier des Rücksetzers, das kann man gegebenenfalls auf der ganz kleinen Ebene für die Hyperaktiven unter uns, Minute oder fünf Minuten, da kann man vielleicht sogar die Short-Seite, ähnlich wie wir sie hier haben, vielleicht dann, dass wir zwischendurch mal so ein bisschen Schub und Gegenbewegung wackeliger haben, dann allerdings auf der etwas größeren Ebene, um dann wieder einzusteigen. Geht es ganz sicher bis hier runter? Das weiß ich natürlich auch nicht. Idealerweise aber in diesem groben Bereich, so ähnlich wie wir das hier haben, unter die 38er, über die 78er, wenn das wackelig passiert, einen der Zwischenhochs hier als, also normalerweise für mich das letzte Zwischenhoch, als Trigger nehmen, um dann noch mal weiter nach oben zu gehen und dann mal schauen, wie weit uns die Bewegung hier nach oben noch treibt. Es sieht aber danach aus, als ob wir noch mal in die Nähe dieser Bewegung hier oben kommen, also die 2.960, Paaren 60, die sind zumindest da aufgerufen. Vielleicht dreht er auch ein bisschen früher, aber ich denke mal, die Chancen sind ganz gut, dass diese Marke tatsächlich noch mal angepingt wird. Lassen wir uns also überraschen, das mal als Mitgabe für den heutigen Tag, als Idee noch mal, auf das man gucken kann, jetzt heute im Laufe des Handelstages. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und sage alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.